Die FDP stellt auf einen Antrag im Stadtentwicklungsausschuss, ein solches Kataster zu erstellen. März ist an die Märzrevolution von 1848 erinnert worden. Damals lehnten sich Berlins Arbeiter und Bürger mit Massendemonstrationen gegen den preußischen König auf und forderten einen freiheitlich-demokratischen Staat. Bei Barrikadenkämpfen starben hunderte Demonstranten. Eine Initiative setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, den 18. März zum bundesweiten Gedenktag zu erklären.